Was hier lila herumspringt, ist die Ziege aus Candy Escape Goat Saga. In dieser bunten Mischung aus Jump'n'Run und Puzzle muss man drei gleichfarbige Blöcke zusammenschieben, damit sie verschwinden und den Weg zu den Schlüsseln für den Ausgang freigeben. Jeder Schritt will hier gut überlegt sein, denn wenn die Ziege einen Block womöglich an die falsche Stelle schiebt, darf man das ganze Puzzle von vorne beginnen, weil es kein Zurück gibt. Die Idee von Magical Time Beam kam so gut an, dass es mittlerweile einen kostenpflichtigen Nachfolger gibt. Teil 1 kann man aber immer noch als Freeware kostenlos für Windows laden. Ebenfalls viel herumhüpfen muss man in Javel ein. Die Spielfigur hat in diesem Jump'n'Run allerdings nur einen einzigen Speer, mit dem sie sich vor Igeln, Schildkröten und Schlingpflanzen verteidigen kann. Da will jeder Wurf gut gezielt sein. Denn bevor man erneut werfen kann, muss man sich den Speer erst einmal wiederholen. Das ist in den ersten Level noch einfach. Wenn man aber alle 60 Level bestehen will, muss man später schwierige Bossgegner besiegen. Ein cooles Retro-Jump'n'Run von Daniel Linzen.